Lädt Louis Klamroth seine Luisa Hard Aber Fair ein? Ist Luisa Neubauer, 26, bald bei Hard Aber Fair zu Gast? Am Mittwoch bestätigte Louis Klamroth, 33, der Frank Blasberg, 65, im kommenden Jahr ablösen und die beliebte TV-Sendung moderieren wird. Dass er mit der Klimaschutzaktivistin zusammen ist. Allzu viele Details gab der gebürtige Hamburger allerdings nicht über sein Liebesglück preis. Wird er seine Luisa bald mal in seine Sendung einladen? Im Interview mit DWDL sprach der 33-Jährigen nun erstmals über seine Beziehung. Er habe die Liebe zu der Autorin nun zwar öffentlich gemacht, wolle sein Glück aber trotzdem weiterhin privat genießen. Da ihm journalistische Unabhängigkeit sehr wichtig sei, werde er Luisa auch nicht in seine Show einladen. Dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst, stellte Louis klar. Luisa selbst hat die Beziehung zum Das Wunder von Bernd Darsteller bislang noch nicht offiziell bestätigt. Im Februar 2021 hatte sie aber gegenüber Bild ausgeplaudert, dass sie vergeben sei. Weitere Details über ihren Partner hatte die 26-Jährige damals aber nicht verraten. Meint ihr, Luisa wird sich noch zum Paar Outing äußern? Stimmt in der Umfrage ab.